Servus, herzlich Willkommen bei ARS24.com, eurem Kanal für alles für den Sound im Auto und heute gibt es ein Android Auto Special, wie funktioniert es, wie bringe ich es zum Laufen, was kann ich damit anstellen. So, weil die letzten Videos alle so Apple verseucht waren, weil ich halt mal ein iOS User bin und immer mein Handy dabei habe, machen wir jetzt was Spezielles für alle Android User unter euch und zwar Android Auto, werden wir immer wieder gefragt, Mensch, wir kriegen es irgendwie nicht zum Laufen, was muss man dafür tun und genau das werden wir euch jetzt zeigen. Jeder der ein Android Auto fähiges Multimedia Gerät im Fahrzeug hat, der lädt sich als allererstes mal über den Google Play Store die Android Auto App runter, hier haben wir schon die Android Auto App, so und die installiere ich mir jetzt erstmal. Als nächstes öffnen wir die App, ohne dass wir es mit dem Autoradio verbunden haben, weil dann werde ich jetzt erstmal gefragt, was alles hier mit weiter gezogen werden darf an Daten, hier lasse ich erstmal alles zu, ob ich eben Navigation, Telefon und all diese Daten, die natürlich Android Auto braucht, lasse ich erstmal zu und sage dann weiter, los geht's und jetzt haben wir Android Auto praktisch auf dem Handy vorbereitet, dass wir jetzt das ganze mit dem Autoradio verbinden können. Ihr nehmt am besten das Originalkabel, was bei eurem Handy mit dabei ist, damit wir auf jeden Fall keinen Fehler im Kabel mal haben, also irgendwelche gekauften Kina Kabel kann schon mal passieren gehen, vielleicht nicht, wir stecken das ganze mal an und damit fängt jetzt automatisch mein Multimedia Gerät und das Gerät selber das Handy zum Kommunizieren an und jetzt habe ich hier auch den Android Auto Button und von hier aus kann ich jetzt alles machen, ich kann jetzt überspringen so und so schaut meine Oberfläche aus bei Android Auto und kann mir hier das einmal bestätigen, so und so schaut mein Android Auto Bildschirm aus, wo ich entsprechend meine ganzen Informationen, meine Nachrichten und so weiter mal kurz ansehen kann und jetzt kann ich auch navigieren und zwar kann ich jetzt auswählen, wenn ich mehrere Navigations Apps auf meinem Handy drauf habe, mit welcher ich mich navigieren möchte, hier in dem Fall Waze oder Google Maps, genau, haben wir schon erwischt gehabt, so und da kann man jetzt direkt loslegen, das ganze direkt über das Multimedia Gerät vom Handy aus, also bedienen alles vom Multimedia Gerät aus und das gleiche trifft natürlich auch fürs Telefon zu, hier kann ich kompletten Zugriff auf mein Telefonbuch oder meine Telefonfunktionen vom Handy abrufen und bedienen und kann mir natürlich auch meine letzten Anrufe und so weiter anschauen und kann natürlich auch mit Sprachsteuerung genauso gut wählen, das heißt nämlich jetzt in dem Fall, okay Google Telefoniere mit Oliver Weiss Oliver Weiss Mobil wird angerufen. So, also freundlich von der Stimme, also da ist meine Siri aber schon freundlicher und lieber zu mir und das ganze läuft nämlich hier über das Mikrofon, das bordmäßig ja schon verbaut ist, das heißt deswegen kann ich hier meine, den legen wir wieder auf, den brauchen wir jetzt gar nicht anrufen, aber so funktioniert Sprachwahl, natürlich alles nur noch per Sprachsteuerung, alles voll cool und wir können jetzt auch alle Musik-Apps, die ich so drauf habe, also alle vielleicht nicht die es gibt, aber die freigegebenen, in dem Fall haben wir hier Spotify mit drauf oder ich kann einen Radio Sender direkt anwählen, den ich als App bei mir gespeichert habe, es gibt da auch eine Seite von Google, die kann man anwählen, da könnt ihr mal schauen, was alles für Apps auf Android Auto laufen, die mit denen ihr während der Fahrt arbeiten könnt, da tun wir euch einen Link unten mit dem Video Beschreibungstext mit reinhängen, damit ihr mal so eine kleine Übersicht bekommt, was alles funktioniert oder was vielleicht auch nicht funktioniert. Kinder leicht kann man auch mit der Sprachsteuerung auch Nachrichten senden und wie das funktioniert, okay Google sende eine Nachricht an Oliver Weiss. Nachricht mit WhatsApp an Oliver Weiss senden. Was möchtest du schreiben? Olli, heute ist ein schöner Tag, um Videos zu drehen. Deine WhatsApp-Nachricht an Oliver Weiss lautet, Olli, heute ist ein schöner Tag, um Videos zu drehen. Möchtest du sie senden oder ändern? Senden. Die Nachricht wird versandt. Da sendet man heute Nachrichten und genau so wie ich eine Nachricht rein spreche, kann ich mir auch die reinkommenden Nachrichten von Ok Google vorlesen lassen. Zurück zur eigentlichen Bedienoberfläche kommt man immer mit diesem, naja was ist das hier für ein Tacho, zurück zu Kenwood Home, genau so würde da auch stehen, zurück zu Audi Home, zu Mercedes oder zu VW Home und gehe dann auf das Original Menü wieder zurück, wo ich natürlich auf UKW und CD oder was weiß ich was, was alles drin ist und genau so schalte ich mein Android Auto wieder an, wenn ich mit meinem Handy kommunizieren mag. Also für jeden unter euch, der jetzt da denkt, boah geil mit Android Auto, da kann ich jetzt endlich mal wieder Facebooken und ins Internet gehen während der Fahrt, das ist es nicht. Ich möchte mal ganz kurz aufklären, was der Hintergrund zwischen Apple CarPlay und Android Auto, was die sich dabei denken, wenn die sowas machen, nämlich höchste Sicherheit beim Fahren. Das heißt es werden genau diese Sachen nicht funktionieren, sondern möglichst alles mit Sprachsteuerung funktionieren und alles was man während der Fahrt einem noch zumuten darf, damit es nicht gefährlich wird. Genau dafür ist Android Auto und Apple CarPlay da. Als kleinen Tipp zum Schluss, wer sagt, ich kann mein Android Gerät irgendwie, ich schaff es nicht zu koppeln, haben wir durchaus auch schon festgestellt, dass es Autoradios gibt, wo man die Parkbremse, also die Handbremse anziehen muss, damit die volle Kopplung stattfinden kann. Wer so ein Gerät hat, könnte auch hier bei Nachrüstgeräten den Anschluss für die Handbremse entsprechend auf Masse legen, um zumindest den Anmeldevorgang über die Bühne bringen zu lassen, um dann den Anschluss wieder weg zu tun. Das wäre der kleine Tipp, falls es mal irgendwo nicht funktionieren sollte. Android Auto ist ja mittlerweile in vielen Fahrzeugen serienmäßig verbaut, aber wenn du natürlich sagst, ah ich habe noch kein Android Auto bei mir drinnen im Fahrzeug, du kannst natürlich bei Fahrzeugen, wo man so ein schickes Multimedia Gerät installieren kann, damit auch dein Fahrzeug mit Android Auto ergänzen. Darüber haben wir schon einige Videos gemacht, verschiedene Geräte vorgestellt, wo das natürlich können und auch einige Videos, wie man solche Doppeldinger Geräte einbaut, da könnt ihr mal bei uns im Kanal stöbern oder bei ARS24.com einfach mal anrufen und euch beraten lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Olli.